Einmal Eisenberger für mich. Ja, ich wollte es mir sowieso mal ein bisschen angucken. Ich meine, ich finde Eisenberger an sich sind, also die haben coole Units, ich mag deren Design, optisch sind sie sehr ansprechend, aber die Helden sind, ich kann mit den Helden einfach legit nichts anfangen, das sind also, also zwei Helden sind erfunden mit Murin und Strah, dein kann nur reiten, wenn er wütend ist, da kriege ich auch schon Anfälle, so ein bisschen, ne? Wow, wow, wow. Legit, ich finde das Konzept so dumm. Ich weiß, ich habe mich schon auch häufig darüber geäußert und so, aber... Jetzt haben wir zweimal Dolorien, okay, interessant. Da hätte ich doch Eisenberg einfach picken können, was? Sag mal, Lorien... Ja. Und vier und, äh... Und... Ne, wird mal vier und eins, also... Loha und Beat, ja. Ja, gut, dann, äh, der ist erst mit Nebelbergen. Gott des Willens, und der ist auch noch bei mir. Ja. Eieiei. Äh, so, Eisenberger, ne? Schön in rot. Let's go. Äh, warte mal, du bist, äh, du bist Angmar, ne? Macht euch bereit, Zwerge! Ich frage jetzt... Hör mir den Pop aus, ne? Was? Hallo, ich bin mein Erythmyfrin. Nein! Wieso denn nicht? Nein! Hä, warum denn nicht? Weil ich mein haben will. Aber ich will Erythmyfrin haben. Kaun. Ja, was denn? Ich will Lügel. Der Erythmyfrin ist doch gut gegen Nebelberger. Es ist mir relativ egal. Mach euch bereit, Zwerge! Okay. Okay, Tyler will einfach das Game verlieren. Ne, ich will gewinnen, da ist... Ja, anscheinend ja nicht. An eure Waffen! Ich mein, du Erythmyfrin. Falt nicht zurück! Folgt mir! Wir gehen auf ins Getümmel! Erstmal in die Mitte hier gucken, was gibt's denn da? Wir sind gleich fertig! Was ist mit den Orks hier drüben? Was ist mit den Orks hier drüben? Jetzt wird gekämpft! Ah, da sind so viele Orks! Was ist mit den Orks hier drüben? Was ist mit den Orks hier drüben? Hier sind ganz viele Trolle hier oben. Also, sind hier, warte mal, sind zwei Trollcreeps da? Ja. So, Leute. Das ist auch schnell! Warte, bei mir ist nur einer. Vorwärts! Ähm... Dann, äh... Kann ich erstmal nur ein bisschen rumstehen und warten und zu gucken. Oder ich kann dir da helfen, meine... Aber... Bis ich da hingelaufen bin, hast du das nicht eh fertig oder so? Haha! Wir werden angegriffen! So, dann Angmas Krispy clean, meinst du? Hm, also... Na, ja... Ich bin passiv, also nicht so wie Biest, ähm... 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 Also, also eher so wie warten acht Tage und so? Ja, genau. Erstmal die Eko abbrechen, weißt du doch. Du? Ähm... Wie gesagt, ich würd keine Ere... Wie die Ere rufen mehr mal angucken. Macht euch bereit! Los! Wieso willst du nur noch mit ihren Vorposten haben? Ja, weil ich... Ja, gut, dann bau ich halt die... Dann bau ich halt keine Ere rufen. Scheiß drauf. Ja, dann bau ich halt keine Ere rufen. Nee! Gut, jetzt baust... Nee, 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 nee. Einfach anders nimmt keiner von uns beiden den Vorposten. Was haben wir? Wir müssen aufbrechen! Das ist doch egal. So, ne, hier, Küping Deluxe und so. Sieht euch zurück! Mach euch mal nicht, Zwerge! Ja, wenn ich Erythmiefren baue, dann... dann brauche ich es nicht. Ich bin gleich fertig. Wir müssen aufbrechen. Wir müssen aufbrechen. Das... das klingt... das klingt sehr gut. Auf ins Getümmel! Zwerge! Darf sie nieder! Da ist alles nieder! Ich meine, ich kann ja Erythmiefren abreißen nachher, wenn du willst. Nee, 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 jetzt brauchst du erst mal. Jetzt bau... Ist dann auch noch dieses Katapult drauf? Ja. Ja, ja, genau. Wieso? Also ich kann es ja nachher abreißen. Willst du ja nicht? Wenn du dann... Ja, bau erst mal, bau erst mal, bau erst mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das direkt waschen kann. Was ist das überhaupt? 1,5! What? Oh, fort! Ist kein Schnapper auf der Westseite. Naja. Oh, dann gucken wir mal, ob wir in der Mitte hier uns was schnappen können. Alter, der Zoger wollte mich hier schon herrissen. Ich... ich glaub das... Ah, ja, ja, das... Wo lebe ich denn hier? Ja, Dingsherriss mich hier auch. Alles gut. Ich bin gleich fertig. Zwerge! So, äh, eventuell... Eventuell auch mal Truppen nachbauen, ne? Wie das da wird? Nee, ich bau keine Truppen. Was? Gut. Hätten wir es ja geklärt. Ich gehe gleich von Gröser. Das ist... Da sind ihre Gebäude! Geht in Position! Ich bin gleich fertig! Unsere Feinde ist in der Langstelle! Wir müssen auswachen! Wir müssen auswachen! Oh Gott, das stört alles! Oh Gott! Oh mein Gott! Meine Pieken! Meine Pieken sind auf die falsche Seite! Rüstet euch! Zwerge! Geht in Stellung! Ich bin gleich fertig! Fahr an! Wir müssen auswachen! Ja! Los! Positionen halten! Wir fällen jetzt in Lohin gefahren. Ja, wir werden hier hart drangenommen in die Kitsche. Alle, alle, alle auf das beste Team, ist ja unfair. Ich glaub, wir sind mit Abstand nicht das beste Team, aber... Beste Team. Aber wir haben beide Schätze. Wir haben beide Schätze, Kaun! Ich hab' uns! Was? Von zwei Creeps, oder was? Ja, ich hab' von beiden Teams, von beiden Orcs in der Mitte, zwei Orcs in der Mitte, beide Creeps. Nein, jetzt, jetzt mein Mann. Schon immer gewesen, weißt du doch. Macht eure Speere bereit! Wie viel kostet denn jetzt Gulza? Eins, sieben! Eins, sieben! Ist das so günstig jetzt hier? Ich dachte, ich würde 2.000 kosten. Eins, sieben! Das ist voll teuer! Früher hat er eins viel gekostet, und jetzt dann wurde er auch noch genervt. Bodenlos. Bodenlos! Wir können nicht bleiben! Teure Scheiße. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar am allerbesten, einen normalen Vokosten mit Brunnen einzusetzen. Dann reporte ich dich gleich. Aber wieso? Dann hätten wir einen Brunnen. So kriegen wir keinen Brunnen. Brutal. Ich brauch keinen Brunnen. Du kriegst doch einen Brunnen in deiner Basis. Er muss ja so weit laufen. Benutzt den Minengang? Schon mal von gehört? Nein, kenn ich nicht. Ich bin Zwerge. Ich musste das erbrasten, dass ich langsam bin. Phalanx bilden! Kommt schon Zwerge! Wieso habe ich jetzt so eine Org-Heulkarre? Weil die können wir dann nach oben bringen, quasi. Ach, die müssen wir verteidigen, ne? Ja, und wenn wir die nach oben bringen, dann kriegen wir dafür was Geld? Ja, ich glaube ja. Ich habe Gulsa, wir machen jeden Fight-Corn. Jeden Fight nehmen wir jetzt hier. Gulsa ist da. Ja, da werde ich nämlich lange suchen. Warte kurz. Nicht kurz. Der muss erst mal move'n, der Junge. Der ist nicht so schnell. Ein alter Sack. Macht eure Speere bereit! Ja, dann rein da, ey, gell? Ich bin gleich fertig. Fallt nicht zurück! Dann müssen wir unsere, unsere Dings, Schreitwege, äh, Dings, äh, Gegend hoch kommen. Ja, ja, meiner moved schon. Meiner ist auch schon gleich da. Wir können nicht bleiben! Aber... Meiner ist auch da gewesen. Meiner war schon da. Und hier sehe ich mehr! Seht sie euch an! Ausfall! Treibt sie zurück! Meiner war da. Ja, ich habe schon mal Geld gekriegt. Ja, ja, meine, meine, meine... Oh, meine, oh! Oh, meine, oh! Ich habe ihn nach oben geschickt. Welcher fährt denn da gerade runter? Ist das... Achso, das ist dann ein normaler Verbuch. Das ist meine normale Verbuchung. Das ist meine normale Verbuchung. So, was haben wir denn hier? Zusätzliche Kriegszahlen. Rekrutierungswissenschaftlichkeit wird er holen. Oh, das wird... Oh, aber erstmal CP ab. Ähm. Ähm. Ja, ich auch. Aber erstmal noch ein Schmelzer. Äh, senkt den Schaden von Monstern in weitem Umkreis. Ich muss feiten, Count. Ich muss ganz dringend feiten. Aber Monty Bastion erhöht die... Alles klar. Seid standhaft! Hm. Okay, okay, okay. Ufoadunländer. Ich misch mich da mal ein bisschen einig. Ich brauche Level auf Gulsa, sonst bin ich useless. Lul. Äh, was nehmen wir denn hier? Wir haben die Schmiede fertiggestellt! Was brauche ich denn hier für die Dings... Verteidiger der Grinsen wurde erforscht. Alles klar. Das könnte... Das könnte das Katapult 2300. Was ist das? Das kommt mir irgendwie so eine random Zahl vor. Das ist auch nicht. Ähm... So, was nehmen wir denn? Ach komm, wir nehmen erstmal die Feen. Vielleicht wenn DSS mal ein paar... Unserbot vielleicht wohnen sich das tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Umkreis ist. Der Gulsa muss voll in den Nahkampf gehen, damit er die beschwören kann. Das ist so krass. Und jetzt mach das nicht. Willst du mich klackern? Äh, ja! Dann. Seid standhaft! In Position! Ich brauche unbedingt mehr pieken, ey. Ja! Die Niere vorwärts! Oder so. Seid standhaft! So. Oder... Oder wir gehen jetzt auf DSS. Letzburg. Können wir auch machen. Der hat einfach schon eine Ork statt. Ah, ja. Ja. Die Drachentü... So. Macht eure Speere bereit! Oh! Gut! Haltet Schritt! Leicht alles wieder! Fahre! Mach dir wieder! Da! Die Wachenswerge! Waffen! Balance-Bild und so. Balance-Bilden-Boys. Aua! Ich hab schon mal auch ein... Beilhage kassiert. Meine Wachenswerge! Meine Wachenswerge! Vorwärts! Ja. Ich hab aber meine... Ich hab nichts mehr kaum. Das ist... Das ist nicht so schlimm. Ja. Alles tot bei mir. Ich muss meine Helden verteidigen. Alles klar. Keine Sorge. Ich hab dich. Oder so. Sind aber noch ein bisschen fein. Freite einfach noch ein bisschen mit. Ja. Ich hab nur Angst um die Wachenswerge da. Schnell! Geht in Stellung! Ich find's schön wie dieser... Achso. Ich bin gegen Loren. Hm. Der gegen Loren wäre natürlich... Ah! Ich brauche einfach Widerreiter nach der gegen Loren. Na. Let's go! Einfach für die Wider gehen. Werden auch beide angegriffen. Also... Beide Teams greifen in Peace DSS an. Ja. Richtig so. Dann ziehen wir jetzt einfach mal rüber hier. Ausgerechtige Gerechtigkeit. Auf... Auf... Auf den Isen. Oh. Oh man. Großer. Ah. What the fuck. Meine Kamera. Das muss ich ja echt mal ansprechen. Dass man die Range wieder erhöht. Also... Ist ja so useless. Ja. Das Ding ist. Die Sachen direkt in die Armee. So vom Ferner bestellen. So... Ja. Aber er muss halt wirklich richtig... Also er muss halt so nah ran. Hab ich das Gefühl. Dass ich... Da... Da könnte er schon längst totgeschossen sein. Aber irgendwann... Da ist... Macht eure Sperre breit. Wir werden angegriffen. Also erstmal erstmal mein Picken Micro hart verkacken. Äh... Kaun, du wirst von Nackten angesorfen. Ja. Ich weiß. Ähm... Da sind die Wagen. Wir sind jung. Ja ja. Vorwärts Marsch. Oh ja. Wir wollten hier den Logo infoposten hier. Wir können nicht bleiben. Zum Angriff. Rüstet euch Zwerge. Klingen bereit. Seid. Auf Marsch. Nö. Nicht wirklich. Also drei Helden. Dann geh ich mal in meinen Gang oder so. Äh... Wird auch kurz auf irgendwie... Irgendwie auf Biest und... Äh... Auf Zoger und... Ding vom Stern, glaube ich. Ein bisschen. Kann man machen. Na... Die Gäste hexen können wir nicht. Ja. Wir werden dann so weit. Falt mir! Was waren nur noch 3000? Ich kann schon nach draußen. Kommt ihr mit mir? Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich dagegen kann. Ob mich... Oh, die ist jetzt schon wieder ein Angriff. Okay. Naja. Ne, ne. Komm. Wollen wir mal ausprobieren. Los. So. Ich hab Narin. Weil der hat hier schon einen Düsterwald und so ein Zeug. Der... Sogar. Ja. Äh... Aber ich weiß nicht, ob wir da gut gegen den Lauf greifen. Ich hab noch keine Reiter. Also... Hätt ich jetzt... Die... Die... Dings... Dann würde ich sagen, ja... Let's go. Aber so. Alter, what the fuck. Ab hier... Also als er in den Bogenschütten drin klang, konnte er erst machen. Krasse Scheiße. Unser Freunden sind hier. Macht eure Waffen bereit. Tor! Es sind genug für alle. Tor! Auf ins Getümmel! Mit den Los ist nun. Stürmt nach vorne, Zwerge! Rüstet euch, Zwerge! An die Waffen! Äh... Wir sind Heervoll! Hm... Draußen? Was macht Draugling da? Wir werden dann so weit! Die Phalanx ist unsere Sterne! Wir werden dann so weit! Wir werden dann so weit! Hm... Ihr denn da? Äh... Gute Games, gute Stimmung! Hm... So, boah, noch Elite-Hausrüstung. Kann ich mal den mal kaufen? Lasst die Hoffnung nicht fahren! Sie wollen unsere Gebäude! Ich dachte, wir verleidigen das jetzt hier mein... 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 Ja, 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 ja! Ich weiß nicht, was wir machen. Ich weiß es legit nicht. Verwärts, Zwerge! Ich wollte die ganze Hände nicht aufbauen. Jetzt reden wir! Ich brauche diesen 5er-Spell, dass ich öfters Spell alles abhabe. Und denk an deine Karre da hinten in unserer Base. Wegzeug bereit! Der Wagen ist unterwegs! Seid standhaft! Wo ist eigentlich mein... 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 mein Drift und Twicker? Wir müssen alle kämpfen! Ja gut, mittlerweile habe ich nicht mehr so viel. Nach vorne! An die Waffe! Aber ich habe gleich wieder. Hm... Ja! Sie reichen unsere Gebäude! Ich glaube, die gehen jetzt aber auf uns. Äh, wir müssen zurückkommen. Ja! Schickt die Wetter! 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 Kann sich ja keiner erlauben. Macht euch bereit, Zwerge! Hey! Ach! Ach, Digga! Warum? Mann, er hat mein Bäder getötet. Mit diesen guten Bädern. Feiße! Schöckst den Baumeister! Der Baumeister ist ja... Und deinen auch, ja... Ach... Jetzt sind wir halt... Ja, jetzt kriegen wir ein bisschen... Ein Geschenk kurz. Warte kurz. Wir regeln das gleich. Alle... Alles gut. Ich habe... Ich habe einen Winterberater-Battle. Dafür ist gut. Ist er schon mal leveled. Aber es wird gekämpft. Auf ins Getümmel! Ausbilden ist ja witzig. Geht den Stärk! Es geht los! Greift an! Ja! Attacke! Haltet eure Stellung! Schicksal! 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 Ach, ich habe vergessen eine Siegung anzunehmen. Ich bin gleich fertig. Null. Wir müssen aufbrechen! Schließt auf, schnell! Oh gut, oh gut, oh gut. Macht euch kampfbereit! Macht euch bereit, Zwerge! Wir kämpfen! Machen all unsere Arbeit zunichtet! Nein, meine Arbeit wurde es nicht drin. In Position! So, Hexenkönig ist gleich da. Uh! Nehmt euren Mut zusammen! Aber ich habe 90 CP. Was? Schicksal! Rüstet euch Zwerge! Diese Nackten sind doch einfach nur... Zwerge! Wie dann ist... Wie lange die brauchen, um gebaut zu werden? Ha! Also Gulza Level 6 und Mornamark Level 4 und Havarde auch Level 4. Wieder Reiter, let's go! Machen euch bereit, Zwerge! Ich weiß, was ich tue! Mir nach! Let's go wieder! Was war nochmal seine erste Fähigkeit? Äh... Sammeln mehr... Wer hat denn das Leuchtfeuer kaputt gemacht? Funktioniert das jetzt nicht mehr, das Leuchtfeuer? Ich hab keine Ahnung. Ey, ich hab... Ich hab... Ehrlich gesagt... Ich hab gar keine Ahnung. Ich glaub, ich lass lieber mal kurz in Ruhe. Ich glaub ich... Ich glaub ich... Egal kurz... Und so können. klingt auch im plan ich weiß nicht wie gehen wir auf den nerven alles geht hier auf den nervenschiff aber ich meine ich habe jetzt meine kurze der schwede morna mafro morna mafro es leckt so hart es ist so dass ich, äh, fast mal an das Widerbataillon da so abgedrängt wurde sooo, toll verschickt die Wider oh mein Gulza, mein Gulza, Bro Gulza oh, Digga ich kann dir da gar nicht so viel helfen ja, 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 aber auch das liegt daran, dass er seine Ability so nah dran ist so useless, ich bin so sauer darüber, dass er so useless ist das ist krass also, da muss ich nochmal gucken Waffen, Zwerge, Waffen, ja ähm Ap 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 eine Gruße wappen, bitte danke die Phalanx ist unsere Sch sake wir sind hier, protocols vor mir ich bin Glош, Zeit muss mal kurz meine helden alles gut was glaubst du da nahe in den macht euch kampfbereit vorwärts an euren waffen und ein bisschen mehr eko ich brauche mehr kohle so wieder weiter ist doch toll aus dieser block da hallo hallo moin unsere bilder sind ja da kaum ja ja ich muss ja gerade hier vor allem durch die piken hier rein wie ein wahnsinniger aua 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 ich warte noch bis mein größer wieder da ist ich nicht hast du eigentlich schon irgendwas aus dieser erythme-freundfestung gebaut kam ja ein drachentöter die schwerwerfer und auch die nummer und sind alle ich habe alle anhalten davon mal gebaut schon hast du da dieses große katapult eigentlich drauf das kostet 2300 ja warum hast du den cool gewissen weiß nicht hat es ja mal geld hergeben nee hä ich musste gerade wieder hin kaufen hehehe einfach auch mal ein bisschen geld abliefern das ist ja blöd das hier so einzuengen also ich meine ich kann auf das große katapult gerne sparen aber ja nicht noch irgendwo ein anderes vorpassen ich hätte gerne zaffragorn ja hm 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 oh entschuldigung ist auch da ich gehe mal für cp 900 aber ich habe schon mal alle drei bataillon schwarz gerade draußen so dann komm ich muss mal irgendwo hin alles klar ich renne mal in diese ist fühle ich mich wohl oder einfach in die nackten wochen so jeder gegen jeden heißt es oder was hat dieser klump da oben wünscht ich könnte da irgendwie rein jungen aber wünscht auch ich wünschte wo sie hätte reinkommen warum sie meine will ach so stimmt ach so stimmt kampfbefehl macht er dir langsamer und dann sind sie im nahkampf zu bekommen deswegen sind die gerade so lahmarschig zogar ist ein macher hast du das gesehen was gulsa mit seiner armee gemacht hat ne natürlich leider nicht 8 jetzt kann ich dir zu grab und holen machen meine ganzen meine ganzen akkulüten nenn ich jetzt mal ich weiß was ich tue ich weiß was ich tue wir müssen natürlich auch neben dem punkt stehen weil weil er es verdient weil er uns angesoffen wollen ich guck mal ob ich hexen meinst hallo hallo ja weiß ich nicht ich bin ich allein habe ich dachte du magst gulsa nicht weil er doof ist ich muss bis hier rein laufen ab da konnte er das machen und da steht da schon in der armee drin ich muss actually in die armee reinlaufen dass er das platen kann die schlacht wartet los mir nach wir sind unterwegs ich hab keine pieken da in seinem komischen bogenschutz ja ich stehen bleiben mir nach wir müssen weiter ich gehe voraus weiter weiter los ich gehe voraus wo ist denn meine 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 was schlagen wir ein paar schädel ab wir sind vorwärts landsleute die fahrlangs ist unsere starke vernichtet sie und auch nahrin ist noch nicht rauszukommen ich bin gleich fertig wo ist denn meine armee tot aber ich hab doch noch ich bin noch 800 cp fall nicht zurück 120 pro ok ich hatte noch zwei drei truppen in der base alles gut wirst du sagen ähm dachte wir anders oh mein hemmel ist gleich mal level 3 keine ahnung meine helden sind doch alle sehr sehr gut gelevelt also also fast alle vorwärts schließt auf schnell ach verdammt für das geld hätte ich mir was anderes kaufen sollen vielleicht äh mal das große katapult mal hier ein bisschen äh wir gönnen let's go das mächtige katapult wir brauchen mehr rohstoffe ach die nackten sind wieder da deswegen hassen wir ihn ja auch das richtig nackten sind böse man wo hab ich jetzt alle abprallt oh ne die machen wir aber worauf bin ich das so hingesetzt gehabt für das hier ich weiß ne auf die jetzt geht's huku und zoga ich weiß nicht warum das ich jetzt nach katapult ich gehe bei der bult abfeuern das müssen die noch mal stehen bleiben warte vielleicht vielleicht bleiben die ja mal kurz stehen ich mein wer ich finde es lustig dass fukis der isengard warum kommt ja lolo da hoch will er das wirklich machen ja oder hast du hast du gefahrenes land oder so oder wirbel ja wenn du sie da halten kannst wenn du sie auf freiten kannst kann ich einen schuss machen ja ich kann kurz wirbel holen ja ich will wirbel dann freizeit mach ich an eure waffen fangen schläge waffen fallt nicht zurück siehst du so oh ja es kommt oh ja 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 ich hab schon alles getötet ach ja hat mir so viel gemacht ja ich hab schon alles getötet äh ja hier kommt hier kommt noch andere äh fallt nicht zurück brechen wir auf äh fallt nicht zurück wir müssen aufbrechen jetzt brechen wir auf fallt nicht zurück schließt auf schnell ich weiß was ich greifen an okay das mächtige katapult war bisschen unmächtig würde ich fast sagen ja da war ja auch schon alles tot ja wir wären dann soweit folgt mir haltet sie von unseren gewähnten auf der schlacht ach meine ganze armée ist dead die bullse hat das einfach gleich schon wieder ab liebe bullse ist auch trocken der typ also wenn man seine range halt einfach gewinnen hat oh ich werd hier ganz schön eingeengt klauen ja knapp nix mehr meine armée ist schon tot hier wurde schon von gespielt von den oberen da warum gehen die eigentlich alle so hart auf wir sind doch ungefährdige menschen naja weil wir am anfang erst einmal auf die gegangen sind hier entlang unsere gebäude schnell vorwärts ich gehe voraus groß hier entlang ich gehe vorwärts wir müssen weiter hier entlang wir sind unterwegs vorwärts wir müssen weiter ich stehe in reichen wir werden angegangen groß also also mona map 10 hexenkönig 8 was macht man denn 10 da nochmal aha größer auf welche welche auf welche auf welchen helden auf welchen helden mach ich die größer 10 ich weiß immer noch nicht was der wo klaut wow gute frage ich verliere meine ich verliere hier meine meine minenschacht hallo Hilfe mein minenschacht ja ich komme nein mein minenschacht ist weg jetzt ist alles vorbei ja wir kommen jetzt nicht mehr aber hat man ja wieder überlebt in seiner battalion warum ist der typ eigentlich so schön stellungen halten vor elben halte ich überhaupt nichts zurück 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 äh wieder kostet 800 ja ja ich kämpfe an vorderster front los hier nach ich bin glück einmal haben wir das große katapult einmal habe ich jetzt drei sorcerer mit dem irgend so einem regen und dann habe ich noch ähm oder will jungen zweiten nö 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 hallo ich hätte gerne meine ins Leben gefahren dass sich das genau damages ich komm her es hat schon wir haben die festung verloren alles apply jetzt auch vielen hos den die horden der finstern ist greifen dafür dass er ist wie ist und jetzt der ist wenn man könnte man sich überlegen wir brauchen mehr hexen so hat aufs maul what the fuck die tat wie ich mir vorstelle beruht auf heimlichkeits wir sind unterwegs nicht stehen bleiben und schon gar nicht vor diesem ehrlosen waldland kobalt kämpft tapfer wir waren blind und mit unserer blindheit ist der freiheit zurückgekehrt meine helden sind alle das ist krass meine nicht außer durmhoff durmhoff level 8 ok hexenkönig ist 9 1 halb ich hab wieder einen linksschlag aber so gar junge geh mir doch nicht auf die nerven nein meine lieblingsmühenschaft wird angesprochen was soll das denn illegal hast du keine truppen ich hab meine wilde erreicht nein das solltest du nicht du bist unser könig ach dann kann man ja auch noch rüstung und so kaufen wen sollen wir erledigen ich weiß jetzt nicht größer von wem klauen wir was von wem was haben wir denn da oben klump ich hab keinen klump wir brauchen viel mehr eisenbrecher ja mach mal wir müssen das eisenbrechen ja mach mal ich versuch das schon habt ihr grad 7000 geschickt ich weiß weil woher nimmst du eigentlich das geld wo hörst du das erzähl mal das ist ja illegal schau mal turmschilde konnten nur die hüter haben oder auch die pieken weiß ich gar nicht mehr nur die hüter äh ja gut belagerung äh belagerung wäre ja lame hier zu bauen ne nur das machen wir ja nicht weiß gar nicht warum sogar so stress mit mir ich hab noch gar nicht so oft was gemacht müssen wir auch irgendwas machen ne wir müssen weiter also nicht mehr auf biest und äh nur hüter äh das können doch nur die hüter ist ja blöd ich schätze gut davon wenn die pieken das auch könnten das war ein schöner leck so wo willst du hin ich weiß nicht sogar fack mich die ganze zeit ab er mag mich nicht ob ne helle grün wär echt gut dann gehen wir wohl ich kann doch mal ich kann doch mal ich kann doch mal ein bisschen abreißen wenn du willst na na alles gut alles gut oder wir nehmen vorne vor einem gegner wir nehmen einfach den düster mal da ein ja aber dann haben wir ja oha dann läuft ne css in die base ja komm let's go hier entlang wenn 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 hast du dein katapult ja dann mach mal mach mal mach mal mach mal ähm äh es sollte fliegen ob er es auf mal haben oh das braue oder es kommt nicht kommt fliegt es oder aber wir werden jetzt ach jungen okay es scheint wahrscheinlich funktioniert es nicht ja schon ball rock ball rock ball rock ball rock guck wie ich glaube auch ich weiß ich wusste wieso ich einfach normales 3 gegen 3 spielen wollte was wir müssen weiter nun die schlacht wartet wir nach ihr seid unterwegs wir sind unterwegs wir sind stehen bleiben vorwärts ja das gefällt dein nicht so ich hoffe du hast einen plan wir sind gegen die bäddiskorde auf uns verschworen jetzt oder wie sieht es aus maybe ein ungleicher kampf maybe da hat die peitsche gerade arzog getroffen nicht stehen bleiben also dieses trommeln das ist so laut hilfe ja okay okay dass das die dann zu den rücken fallen das tat natürlich jetzt sehr weh kann man nicht anders sagen ich glaube das katapult wurde nicht abgefeuert ich glaube das ist noch vom packen macht euch bereit zwerge ok ja wenn du willst dann dann bereiße ich ihre mich für nur wenn du ihn jetzt abreißt sie sie gerade verteidigt ne ja ja ne 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 schade nicht aber aber vielleicht wenn sie weggehen können ich weiß auch was wenn du willst ja ja oh meine wieder haben alle überlebt schein mal etwas so soll ich sie abreißen für dich oder nicht ja mach 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 hm hm ach du und ich denn jetzt mehr heliquin oder zafarvor hm das weiß ich nicht ich weiß nur ich weiß nur dass ich auch bei massen vernichte habe ich genug ich habe gulsa ich habe ich habe ich habe ich habe den gift ich habe sonst gleich noch bald roger die lawine hm ich weiß was ich tue ach wir gehen mal vor heliquin durch und jetzt sehen wir halt von der karte wäre nix mehr ne ach ja möglich das dein ding oder was nee nein weil wir oben die mitte hatten deswegen wir hatten ja oben die mitte noch gehabt quasi deswegen haben wir ja nicht so viel gesehen hm 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 harsch habe ich vergessen scheiße scheiße my bad mach eure waffen bereit wir werden gebraucht sie hab ich eigentlich noch meine zau- hab ich eigentlich noch meine zauberer ne die sind auch alle tot hm die guckle einen zauberer man nannte sie auch hexenmeister äh ja puh muh ihn einfach direkt 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 umgeklickt worden oh äh oh die kommen mir zu zweit können sie gerne machen ich meine ich habe einen tollen trotz wenn du passt ich hab so gut hier können ich glaube wir haben die hinten die größere wahl lass eure äxte singen hört mir zu kämpft tapfer wir werden an hat er den zung gegeben den 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 stecken gott mein gott wir werden angegriffen wir werden dann so weit wir werden dann so weit darüber die phalanx ist unsere stärke nichts variants ja so auch kämpft tapfer los wir sind unterwegs nicht stehen bleiben hier hAPP ich auch nicht mehr Ja, was verständlich ist. Oh Gott, irgendwas hat sich in Bewegung gesleckt. Irgendwas findet noch zu laufen. Erzoger und Biest, Erzoger und Pupu wollen gerade gegen... Ich mache vielmal weiter, ich habe gar nicht mehr so eine ganz krass am Mäh, aber ich mache vielmal einfach auch gegen BSS und nichts, ne? Einfach dagegen machen, ja, ich... Aber wenn ich wieder Geld habe, schicke ich dir wieder was, ne? Ja, ich habe meine Widder heute. Vielleicht kann ich da die Bogenschüsse mal wegzrecken. Ach, BSS, wie ist das? No, no, meine Widder, meine Widder, meine Widder! Ja, nein, nein, lauft hier weiter. Mir nach, ich gehe voraus. Was denn? Entwegt der Vermöse. Vorwärts, ich gehe voraus. Vorwärts. Wir haben den Anblick unserer Bärte, wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Wir sind unterwegs, wir greift uns weiter. No. Die Phalanx ist unsere Stärke. Vor Elben halte ich überhaupt nichts zurück. Hört mir zu! Und schon gar nicht vor diesem ehrlosen Waldlandkrobat. In Position! Wir wären dann soweit! Wir haben ihr Lager des Teckens! Aus eure Posten! Wensam, sie greifen wollen! Wir sind unterwegs! Weiter, weiter! So, aber jetzt sind wir verloren, oder? Der Feind, der Feind! Wo hast du schon lange gesteckt? Was denn? Kämpft mir lieber! Wir haben noch Seid zu tun! Nichts wie hier rein, da! Vorwärts! Er hat da einen, einfach tanken! Einfach tanken! Oder das Keller! Ja, genau! Alter, diese Trommeln, sie sind so laut! WTF? Alter, ich hab noch ein Tröde, das ist trotzdem gut, oder? Es leckt so sehr! Ich hoffe, du hast einen Plan! Ich hätte einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn ihr mir einen Augenblick eurer Zeit... Ja, äh, ist ein bisschen... Ich glaube, er mitzündet war ja, alles. Ich weiß, was ich tue! Lass die Hoffnung nicht fahren! Wer will noch mehr? So, ja, vielleicht... War alles Level 10, außer Helikwin, die heißt noch Level 2. Aber sonst würde ich alles Level 10. Wo Ponys? Ja, stimmt, ich könnte... Das ist eine gute Idee, tatsächlich. Nichts Blade-Game, ne? Ja, ich kann mir Veteranen holen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich auch umsetzen. Wir haben viel zu tun. Aber es ist eine gute Idee. Alle mir nach! Macht euch bereit, Zwerge! Was soll ich bauen? Wer braucht einen Baumeister? Wir werden warten, vorwärts! Wir sind hier, Zwerge! Oh, ne, schon wieder so ein Feuerwurm. Das war nicht sehr schlau, die Jungs. Ey, immer mein Heckenkönig. Was hat der euch denn getan, der arme Kälte? Okay. Wir waren schon zu lange hier. Ihr Lieben etwas, ich bin in der Luft. Macht euch Kampfbereit, Zwerge! Jetzt, ihr Schlag wartet! Mir nach! Vorwärts! So. Alle mir nach! Nicht stehen bleiben! Weck der nur ein bisschen. Oh, da oben die Isengard-Armee auch. Ja, ja, ich will die jetzt aber nicht zerstören. Ich zerstöre die gleich. Können wir gleich noch zerstören oder so. Tja. Ihr Kahn. Was mehr Money? Money! Einfach mehr Geld. Das ist so wie im Turnier, Alter. Lul. Komm, wann schicke ich dir nicht Geld? Ich bin in einem Game, wo du von Dings überrannt wurdest. Von Mardzu zum Beispiel. Oder in einem Game, wo du von Halberart überrannt wurdest. Wo Ausnahmen besteht aber nicht die Regel. Hey, Tata, ich hoffe, du hast einen Plan. Halt gar nicht. Haben wir jetzt mehr Angst vor Fufu oder mehr Angst vor, äh? Da haben wir jetzt auch Schildträger, sondern das ist schon nicht so angenehm. Ach, da müssen wir aus dem Stick. Ja, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Lass die doch erstmal den finischen. Ja, ich will doch nur was wegsnacken. Ja, aber du kennst doch Fufu, wie schnell der eingeschnappt ist. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir eingeschnappt werden sollen, dürfte es DSS und In-Piece, weil wir zu zweit auf dir gehen. Also viert auf dir gehen. Ja, die packen auch uns alle ab. Dafür kann ich ja nichts. Unser guten Wirbelzwirbel. Ey, oh, Drauglin, Junge. Aber ich hab 1600 CP. Also, ich hab schon wieder fünf Tributkannen in der Welt, was? Scheiße, du kommst mal zurück, hier rein, du kommst jetzt nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zeigen wir es Ihnen. Früher oder später werden Sie dunkler Absichten in den Ere berichten. Jemand will euren Punkt. Sie sind nicht. Wir zeigen wir es Ihnen wohl. Sie gehören nicht hierher. Ich finde, es sind... Aber ich muss sagen, wieder weiter mit dreidigen. mit den ganzen fähigkeiten dabei ist schon ist schon böser knallig zu sehen ist schon böser knallig zu sehen geht immer darin dann kann ich kaum noch auf den gold schicken Ich hab schon 6000 in die Hand. Obwohl, wir können ja erstmal warten, vielleicht brauche ich die ja selber gleich, wer weiß, welche irgendwie gleich das wird. Was? Klar ist mein Erythmi-Prin, nicht mehr, weil alle Stellen so da anmachen. So, ich hab auch ein Erdbeben theoretisch. Das macht's gut gut an. Ich hab alle Hellen Level 10, let's go. Na. Ja, so ist leider wahr. Irgendwem passiert es halt leider mal. Das ist richtig. Oh, der sieht man bei den Beutekarren. Über die Gold? Ja. Oder der war. Ich will das Gold aufsammeln. Ich kann das Gold nicht aufsammeln. Okay. Warte, warte, warte. Wollen wir jetzt das killen, ne? Wollen wir. Ich hab gar nicht gesehen, dass die da... Hast du Gate? Hast du genug Bataillonen? Ja, da rennt ein Lurz hinter uns. Ja, da rennt ein Lurz hinter uns. Die Törner auf uns jetzt, ne? Ja, ja. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lurz ist tot. Hier entlang. Ich gehe voraus. Es wird mir mehr. Lawine kommt, Lawine kommt, Lawine kommt, Lawine kommt, Lawine kommt. An die Waffen! Hier nach! Los! Hier nach! Ihr seid unterwegs! Alles? Hier nach vorne! Hier nach vorne! Oder was du? Hier nach vorne! Wir müssen weiter! Ich gehe vor Ort! vor Ort! Hier nach! Hier entlang! Ich gehe vor Ort! Ich mache an unsere Hand im Mehrwerten! Hier entlang! Wir müssen weiter! Boah noch! Was kommt? So mag ich das! Sie greifen, Mann! hört mir zu wir sind vernichtet sie ja hab ich dich ein ungleicher sie gehören nicht hierher kein Grund kann man hier drauf baumbad das ist auch noch gefällt das Lager des Feiers so ich hab viel zu spät ne zweite Kaserne gebaut fällt mir auf meine Werte ja ich hätt auch eine gebraucht so den zweiten kannst du deinen Obelisten abreißen ja kann man dann würde ich eben vorpusten aber dann kannst du da ne nicht funktionieren äh wie bitte na viel 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 sagst du was ja ja ne Schmelze oder wegen jetzt hab ich keine Belagungssache mehr die sind alle bei mir draufgesangen scheiße wenn du mir Geld gibts kann ich auch welche bauen aber ich also mh das ist mir leidt wer will doch mehr oha einfach 10.000 Ressourcen ja let's go warum lassen wir die jetzt auch nicht wieder aufbauen äh wieso du wolltest doch Nässe haben ja ja wollte ich auch aber wir brauchen können auch ich hab ich hab 1600 CP so ist nicht aber ach so jetzt hab ich meine hier mal meine Veteranen hier äh was nehm ich denn am besten auf den naja naja was äh äh ich wusste ja aber ist das schon ein paar genutzt so und jetzt bin ich voll jetzt gehen wir weiter ich bin auch nicht voll eh so egal du konntest nicht mit der ganzen armee damit die in jahren da ist nice so weiter weiter was gibt es da schnell jetzt das ist deine mine ok ich wollte schon die können ja gar keine mine haben lost es geht los schützt unser territorium der raren level nicht so geil wie die arnor dinger da sind ihr geräude bewegt euch da springen wir zwei alle mann hierher alle mir nach wir müssen weiter seit stelle uns wie rein da schloss mit der wahl zwerge sind nicht gebrochen schwittern sie greifen an ja mach mal ein erdbeben hier drauf mach mal lasst mit der warterei krank sag mir ein verschillern gerät ich weiß was ich tue ja hab ich die nichts wie rein da Die brennenden Steine sind bereit, aber ich habe keine CP dafür. Mehr Veteranen. Rogat ist instant gestorben, holy shit. Schützt unser Territorium. Gut, bringen wir es zu allen Herren, Verschädel allen. Los, weiter, weiter, nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, wo ich mir mal wieder reinrennen kann. Es sind überall Pieken und alles und Hilfe. Vorwärts, mir nach. Einfach in die Welt von Vorki. Mach das. Weiter, weiter. Sie waren schon zu lange hier. Kanak Dure Null. Ich habe schnell die Zierdele noch einreißen. Ich habe nicht ein Spell geführt die ganze Zeit. Ich habe Mornamaps Zweier nicht benutzt, ich habe nie Mornamaps Sphärer benutzt. Ich habe richtig schlecht gespielt eigentlich die Runde. So unverdient, dass wir eigentlich gewonnen haben. Ich habe meine Helden auch nicht benutzt, außer Narin, alles gut. Ich weiß nicht. Aber es hat gereicht. Aber wenn die trotzdem alle Level 10 sind, I guess, ist es irrelevant, ob du die benutzt oder nicht. Das Mist konnte ich jetzt mein Motto halten, dass ich fast immer die FFAs gewinne. Was? Null. Warte. Ich habe... Oh, der ist auch. Alle mir nach. Ich mache Kleinhold aus euch. Vorwärts. Wollte es aber mal, dass man eine Zitadelle, deren Zitadelle einreißt. Ja, können wir machen, meine Willen. Ich habe Wunderstück. Ich habe Wunderstück verloren. Ich habe Wunderstück verloren. Ja. Ich habe Wunderstück verloren. Meine Katapulte. Ja, oder? Ja, oder? Ich habe Wunderstück verloren. Ich meine, Fabuki und Zoga haben sich halt hier selbst gemacht, indem sie auch auf die weit gegangen sind. ja ich hoffe ich habe ihn wissen diese ist nicht zu sehr getötet dieses vollmute ja ja also ja ich würde sagen kann man nicht uns zu bleiben wenn dann er vom bookie und sogar weil die haben dann auch verloren eigentlich wäre eigentlich hätten die auf uns gehen müssen so dass wahrscheinlich also ja wahrscheinlich haben sie auch ganz kurz sogar zu mir gedreht dann würde ich sagen haben wir noch ein schönes spielchen hinbekommen ja und dann würde ich den stream damit wenden vielleicht mich heute abend noch mal aber ich will jetzt auf jeden fall was essen und so und danke fürs zuschauen ich hoffe ich hoffe dass ich gefallen am mittwoch geht es weiter da steht ein teil auch nicht jetzt geholt holen hausarroganz gegen die ganz abgehobenen akarab und frotty ja und dann bist du ja peace 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 peace